Moin Moin und Herzlich Willkommen auf diesem Kanal. Heute spielen wir wieder eine Runde Fortnite und wir sehen uns gleich nach dem Intro. So auf geht's meine Freunde. Schöner Landepunkt hier. Das war eigentlich relativ ruhig. War safe irgendwo auf jeden Fall eine Kiste. So eine Waffe können wir schon mal herstellen. So. 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 BOOM BABY BOOM BABY Und wir zurück Habt ihr's gesehen? Er wollte sauernd mich abknallen Wo ist die coole Kiste? Ah, da unten Achtung Was geht denn hier? Alter, was geht mit euch? Was geht mit euch? Was geht mit euch? Nein! Was geht mit euch? Was geht mit euch? Ja. Ha! Trevor! Versenkt du... ...Posé! ... ... Nein, 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 nein! Verdammt. . . . . . . Auf geht's. So, vier Stück 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 geht's. BOOM! Wo ist er hin? Es ist ein Torno. Segen wir ihn. Ist er schon so weit weg? Oh no! Platz 9 verdammt und von der Seite angeschossen. Ja meine Freunde, das war es erstmal mit den paar Runden Fortnite. Ich denke, wir sind nicht schlecht. Wir waren schon schlechter. Aber es hat Spaß gemacht. Also, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ein kostenloses Abo wäre super, super nett. Und denkt an die geile Glocke. Klingling. Ciao, ciao. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung. BR 2018